Wir alle spüren es. Wir alle sehen die Folgen. Brände, Trockenheit, Unwetter, Muren. Das Klima wird immer extremer. Tun wir doch nicht länger so, als wäre der Klimawandel nur eine Einbildung. Er ist da, in vollem Gange. Die Regierung hat verschlafen zu handeln. 20 Jahre lang. Noch haben wir die Chance, dagegen zu wirken. Noch können wir etwas ändern. Die nächste Regierung wird entscheiden, in welche Richtung es geht. Sie werden entscheiden, wie unsere Zukunft aussieht. Wir fordern endlich mehr Klimaschutz statt noch mehr Klimakatastrophen. Handeln wir, bevor es zu spät ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017